Auf Muten, Muten! Ah! Oh nein! Servus! Muten! Pssst! Ah, das haben die ja gar nicht mehr gehört. Gehen wir erstmal nach Mad Bay. The Horse. Gekommen! Pssst! Ficcio! Cafeteria! Skep Man! Tot! Cafeteria! Ficcio! Ich hab jemanden gesehen! Hey, man bist du zu Cafeteria gelaufen? Ja, ich hab's nicht! Wer war wo? ein bisschen zur cafeteria gelaufen ich hab dich gerade eben noch gesehen ich weiß nicht communication kann es sein oder communications ja an die woher weißt du wo ich war nein aber ich am anfang nach rechts gelaufen zu navigation kann ich auch stetigen dann bin ich weiter gelaufen nach unten bin dann weiter durch die farbe gekillt nein ich war schon durch die geldtasch oder was ich hab ihn gekillt bin dann direkt weitergerannt ja ich war es auf jeden fall nicht ich habe auch niemanden gesehen der gewesen sein könnte ich habe jemanden gesehen aber ich habe mir die farbe nicht gemerkt mache ich nächstes mal besser dann was tut es ich bin gewendet barbett hat mich fast sehen können aber es war so dunkel diese aussage ja 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 im story des james sagt in cafeteria ich denke ich habe zwar auch gewusst weil es an mir durchgelaufen das ist natürlich super rund flubede bit up flip flop flubedubedub flubedubedub oblob das war etwas laut ja an die haupt mich zu töten nein ja jungs das kriegt aber hin oder sie kält mich war so klar war so klar ich will ich gar keine aufgaben machen ich will ich sehen wer mal wenn das nächstes killt oh oh flubflubflubflubflubflub oh mein jetzt habe ich die da im kopf oh alle grad navigation 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 kennt sich jemand gut aus was für das alles so electrical wir können gut ausschließen ich war gerade auch electrical ja aber jetzt mal kurz durch cafeteria dann durch weapons und dann in richtung navigation habe ich flow gesehen was kann man denn task sein was kann man denn task sein aber das ist das auch mal in der lena upload flieger verbinden und fixing lights und noch was glaube ich gell ja das mit diesen drehrädern ja genau da ist nichts an diesem sicherungskasten zwischen electrical und also jannis kann es nicht sein jannis kann es nicht sein jannis kann es nicht sein ja ich war auch bei euch ich war auch bei euch ich war auch bei euch in electrical als O2 uploadiert wurde hat flow das rechts gemacht und dann bin ich durch cafeteria zu admin gelaufen Marvin ist nicht zu admin gelaufen ich habe mich verlaufen aber ich war dann auch nicht auf dem weg du bist nicht zu admin du bist nach oben ja ich bei der Fall ja ich wollte zu dem O2 der Fall schaut aber nach unten ja ich weiß aber zuerst auch noch bei dem O2 jetzt aber schon nochmal Marvin war das schon lange aus da habe ich aber nicht drauf geachtet kurze Frage jetzt nochmal wenn man in electrical ist farber hat recht elektricke ganz oben da ist doch upload und das mit den drehrädern da und das mit den Kamel und fixing lights da gibt es zwei aber zwischendrin ist doch so ein komischer Sicherungskasten da ist fixing lights da ist fixing lights ne halt ne ne fixing lights ist bei dem unteren großen ja Alina stand halt zwischen uns beiden und ich bin da noch nie gestanden keine Ahnung ich habe diese Kabel ich habe diese Kabeldinger verbunden ja ja das sind wires ah echt okay das sind drei stück das rechts ist das was wir noch nie gemacht haben wer war denn nicht in electrical ich war noch nicht in electrical ich war in electrical ich bin durchgelaufen keine Ahnung eben kurz bevor er mit mir und Fabian son of a bitch you're out wer oder marvin nein oooohh ja okay wir behalten im auge marvin 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 er hat unschuld nicht gefixt ich war aufm weg mach mal jemand Flo mach mal bitte flip flop in die war schnell nein so jetzt die letzte aufgabe dann schauen wir marvin zu wie er auf seinen killer weg leute killt das war gutes deutsch wo schau hin wo schau hin wo schau hin schau hin schau hin marvin alle mr horse und just dann war's wer ist er dass Ich war in Cavitiria und hab die Kabel verbunden, oppe links. Ich hab Marvin, ich hab Marvin, ich hab Marvin gesehen. Marvin ist kein Fass, ich denke er hat ne Aufgabe nur gefaked. Wann hab ich ne Aufgabe gefaked? Als ich diese Kabel verbunden hab, bei mir ging die Leiste hoch, aber ich weiß nicht ob sie bei dir hoch ist. In Electrical oder was? Nein, keine Ahnung wo, das war irgendwie Navigation oder sowas war das Ding, ich weiß es nicht. Also ich war nicht in Navigation. Ihr könntet hier, wenn wir das Step Report gemacht haben. Ich war nicht in Navigation. Ich war nicht in Navigation. Achso. Wie stand es aber noch bei dir? Ja, ich weiß, aber das war irgendwie verdächtig. Also ich kam von Richtung Navigation, aber ich war nicht in Navigation. Du warst bei Shields, ich bin dir hinterher dann. Ich hab kurz gewalt, bin hinterher, weil ich dachte, du könntest Alina töten. Und dann war ich oben in Cafeteria und hab oben dann Ding gemacht. Wie bist du mir hinterher? Nach Cafeteria? Ich bin nicht Richtung Cafeteria. Doch, du warst doch bei Shields und bist dann hoch. Ich hoffe an dir und habe ihn gevotet. Wo warst du dann? Zu Communication und da war dann Zeug-G-Deug. Nein. Was war dann der letzte Aufgabe? Ich bin schon da entgegengekommen. Was war dann der letzte? Wires. Und davor? Keine Ahnung, das war noch in der Runde davor. Moment mal, wer hat die Leiche gefunden in Communications? Ich. Marvin selber. Hä? Surf Report. Du bist doch hochgelaufen. Nein, bin ich nicht. Nein, aber ich habe ihn gesehen, wie er da gewesen ist. Und dann hat er in dem Moment, ich bin in Communications rein und da habe ich Marvin ganz kurz gesehen. Es war aber ja dunkel und dann war Direkt Report. Also ich hätte sie fast auch gesehen. Wer kam mir dann entgegen, kann man das mal sagen? Ich weiß es nicht, aber ich habe dich nicht gesehen. Ich war in Cafeteria. Du bist runtergelaufen. Ich war in Scappman. 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 Ah, ich weiß nicht. Jaaaaah. Werd ich jetzt rausgekickt? Werd ich jetzt rausgekickt? Ich bin transformiert. Ich bin schrieblich. Flübe, blübe, blübe, blüb. Flübe, blüb, blüb, blübl. Blüb, 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 blüb. Blüb, blüb. Blüb, 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 blüb. Hey, Leute. Wir sind noch nicht ohne Schreweine. Ganz ehrlich, ist irgendeiner zu mir im Raum gegangen, bevor ich in Scappman. Ich habe ich schon gedacht, Alter, er hat es komplett gesehen. Ich dachte, er ist immer an dem Arm im Gang entgegenhommen. wo bist du hingegangen nach nach security dort security reaktor den gang wo bist du danach hin ich habe dich da als geist nicht mehr gesehen ich habe meine letzte aufgabe gemacht wird hier hinterher geflogen aber ich habe ich nicht mehr gesehen ganz am anfang bist du ja nach der zweiten links bei der zweiten ja da wo ich tot war natürlich ich habe ihn kannst du bitte ich hab dich nicht gesehen ich hab dich nicht gesehen also du bist nicht hoch richtung werden zu den navigations ich bin runter gelaufen habe janis getötet dann bist du reingekommen ich war oben ich war oben carteria er ist dann dazu communications gelaufen andy andy war doch gesagt das war viel früher das war viel früher als ich gesehen habe da bin ich hinterher pass auf ich hab dich um dann bin ich hoch und dann war ich in carteria und dann muten ok immer wieder imposter sein imposter ist anstrengend gerade ein self report was das anstrengend kommt schon ja das leben sogar noch und warum ist er mit mir hoch? komische Sache oooh direkt vorm O2 ich wollte es gerade machen ich war ein Admin ja und Andi kam von mir quasi ja also ich habe in dem Bereich eigentlich nur Jannis gesehen dann waren es entweder Faber oder Marvin weil ich war gerade am Engine füllen ja gut, das könnte ich ja genauso sagen ja klar Marvin verstehe ich, aber ich würde Faber und Marvin eigentlich ausschließen weil keiner von denen so viel sabotiert Flo, du wirst zu 100% sein dann vote mich ich sehe an, dass die Wunde weitergeht ist mir scheißegal ich weiß nicht, ob ich schon jemandem voten soll Marvin ist dann so los drum irgendwie obwohl Alina können ich habe doch die Aufgabe in Admin gemacht ich war erst in einem Cafeteria was hast du denn bisher für Aufgaben? nach dem Cafeteria und runter Edmund aber was hast du denn bisher für Aufgaben? was hast du denn bisher für Aufgaben? ich hatte ein Ding in Cafeteria habe ich dieses Müll wegmachen ja dann hast du das schon beendet? ja ja dann war ich in Upper Engine habe dort Kabel gefixt und dann in Upper Engine und dann wollte ich in Upper Engine hast du Kabel gefixt Flo, was hast du für warte, ich glaube es gibt keine Cables in Upper Engine keine Ahnung oder was gibt es Lower Engine Cables? nein nein auch nicht irgendwann habe ich Cables gefixt aber ich weiß nicht mehr ah Flo, was hast du für Aufgaben gemacht? ich hatte die Tanks befüllt dann hatte ich Wires in wo war es? Electrical dort habe ich auch die Power diverted zu Coms und dann habe ich gerade noch in Storage meine zweite Wires gemacht und dann wurde reported also mit denen bin ich noch gar nicht fertig ah stopp das war vor das war in diesem Flur zwischen Reaktor und Security und dann bin ich aber Upper Engine kapitalieren und wollte eigentlich dann bist du schon durch Storage durch? und hast du dort deinen Abfall gemacht? nein, nein dann schauen wir dir jetzt dazu ich habe Abfall gemacht ja er auch, hat er gesagt machen wir mal drüber, wir skippen ich habe es gesippt ja hey, what the fuck? nein also das James Ding, das weiß er eh schon ja ja, das ist ja da hast du ein bisschen verraten mit dem Upper Engine ja, ich habe gedacht fuck, was sage ich jetzt? was sage ich jetzt? ah, ich habe nach also das ist sehr gut dasников wirst du mal drüben ist ja ich habe nach nach koop wie die 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 Vielen Dank.